Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge oder zu einer der ersten Folgen 7 Days to Die mit, ihr seht den im Kreis drehenden nackten Sammy LP hier vor mir Ja, bei mir seht ihr die Gravolina Oh, schöner Popo Oh, da kommt was Oh, ne, hab ich geschlagen Ja, ich hab dich gerecht Blutisch Du blutisch, dann nimm deinen Verband Ich bewach dich Fängt ja schon wieder perfekt an, ne? Ja, und ich merke gerade, es ist ein bisschen laut Ja, also das ist die Zombie-Apocalypse, natürlich ist es laut hier So richtig laut So, ja Wir haben wieder auf 60 Minuten gestellt für den ersten Tag Bisschen erkunden und so Und, und, und Pflanzen mitnehmen Und Gravolina beim Hüpfen zu schauen Und ich habe ja so stämmige Beine Oh, Kaktus Was ist das? Oh, diese Kaktusen, Mann Was zur Hölle? Na, warte, warte, sagt man ja gar nicht, man sagt ja Kakteen eigentlich Ja, aber wenn es nur einer ist, dann ist es ein Kaktus, hast du schon recht Oder wie ich letztens mal auf Facebook was gelesen habe Ähm, Mehrzahl von Kaktus Äh, Kakteen Ne, warte, ne, warte, wie war das? Scheiße, jetzt habe ich versaut Äh Vor Ernte versaut, scheiße Da sagt der eine Wie, Mehrzahl von Kaktus Und die eine schreibt Äh, Kaktusse Und sie, ne, Kakteen Nein, ich meine das so, wie ich es gesagt habe Kaktusse, okay, ja Oh, kranke Schwester Geh kaputt Jetzt Gib mir was Gutes Och, die hat nicht mal was dabei, die blöde Kuh Jetzt muss doch vor, das ist schwieriger Ähm, wir müssen uns nochmal tracken Ne, wir sind Top Sehe ich nicht mehr Ja, da bist du Ich hab dich Hier ist Müll Aber Gerade mal, wir werden Wo bist du denn? Hinter dir Ja, ich komm Lauf, hier kommen Zombies Lauf, wir sind scheiße laut, nämlich Musst du ein bisschen leichter stellen, dann mal kurz Ah, endlich ist die Alpha 10 da Ich hab mich so gefreut Und hab schon nicht so lange drauf gewartet Dürft ihr euch wieder mit den Chaoten-Team abschlagen Beziehungsweise mit mir Der Chaot, der einfach nichts drauf hat Hallo, Chaotin, bitte Der Chaotin Da ist er Ich sammle mal das ganze Holz hier ein Und die ganze Pflanze hier Können wir später noch gebrauchen Steine gibt's auch schön Ja, wir müssen wieder ein schönes Gebiet finden Die Wüste ist nicht so geil, oder? Oder willst du in die Wüste bauern? Äh, da kann ich meinen Garten nicht anpflanzen Ein Gemüsegarten Ich brauch doch Ich brauch doch Oh, Schnee, super, ich lauf Alter, wir holen uns eine Erkältung Ja Das war's mit dem Let's Play Wenn's euch gefallen hat Oh Mann Ich hab Ich hab eine Pille Ich kann überleben, aber leider muss unser Klotz am Bein Ah, Blaubeeren Ähm Ich riech nicht mehr, wenn ich Blaubeeren hab In der letzten Alpha, wenn du Blaubeere in der Tasche gehabt hast, hast du doch Gerochen, oder? Oder die Zombies haben dich halt gerochen Da war doch die Nase neben dran Bin ich noch nie so aufgepasst drauf Ja doch, du hast doch gefragt, was die Nase bedeutet Ach Ach, das war die Nase Ja Aber jetzt anscheinend Blaubeeren riechen nicht mehr Keine Ahnung, was ich da jetzt alles mitgenommen hab Ich nehme einfach alles mit Ja, solange Platz da ist Geh weg, du machst den nur kaputt Ich kenn dich Oh, guck mal, dein Reh Ja, wir haben nix dafür Bei mir Bei mir Ja, ich glaub, das klappt nicht so ganz, oder? Gibt's nen Rehbraten? Ich bring ein Reh nach Hause Oh, das scheiß Reh ist... Nee, doch nicht Vielleicht bleib ich beim Baum hängen Bei mir Komm zurück Schatz Wir waren zueinander bestimmt Gravolina aufjagt Oh ja Ich... nee, ich hab's doch nicht Ich bin wie in so'n... wie so'n Höhlenmensch Wir haben's Wir haben's Ja, guck, einmal kommt der Mann und dann ist ihm gut Innen Äh, denk dran, du musst atmen, ne? Ich hör Bienen, Bienen, wo, 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 wo Wo läufst du hin? Wo bist du? Och, da bist du Komm, Herr Turbine Hallo, Herr Holzfäller Da wird nichts getan Hau auf, Biene Holzfäller, Arme wie süß Au, 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 ich bin tot Nein! Kannst du mein Zeug aufsammeln? Ja, ich werde das... Ich werde es versuchen Och, ich hab die Biene erschlagen Und dann sind zwei von hinten gekommen Und haben wir mich erschlagen Guten Tag, die Herren Ich schwelge den Rucksack Können Sie sich hier bitte ein bisschen vom Rucksack verpiepeln? Du musst weglocken Ich hab grad ganz wenig Frames auf einmal Ich weiß noch, was hier los ist grad Lass mich leben So, wir laufen währenddessen übers Wasser Ja, ich bin wieder in der Wüste Ähm, ich muss dich nur mal als Freund, äh, Remover Und dich nur mal einladen Weil irgendwie sehe ich dich nicht mehr Ich muss nochmal annehmen, bitte Na, warte So, wir Zombies müssen euch jetzt mal einen Augenblick schulden War schon getrackt Cracked Cracked Jetzt sehe ich dich bitte Aber meine Frames sind trotzdem scheiße Was soll denn das jetzt? Und Standbild? Ah, jetzt Alter, gab's schon immer Schweine Ja Schweine gab's schon immer Hat ein Schwein gefunden Du hast es auch noch erschlagen Ne, das ist mir zu sch- Ich bin jetzt alleine Hey, haut ab Geh doch nicht, komm her, du Schwein Hahaha Bei mir Okay Ja Ich muss dir meinen Herren und Meister zeigen Dass ich nützlich bin Ich bin ja in dem Kackgebiet, das ist doch scheiße hier Haut ab Bleib doch hier Mein Gott, bist du ein doofes Schwein Ah, jetzt kommen die Frames langsam wieder und gehen wieder Was soll das? Komm und gehen Ja Graf das Schwein Nenn mich Gravolina die Schweinetöter Gravolina die Schweinetöter Ich will immer der sein Weil ich so gewohnt bin Ich spiele normal immer Oh, oh, hau ab Hau bloß ab Oh, Hund Hund, Hund Geh weg, da ist ein Da ist ein Hirsch Du willst so viel über den Hirsch Oh, ich sterbe schon wieder Ich blute Und ich hab nichts zum stillen Ach du scheiß Köter, hau ab Also dieses Let's Play fängt echt gut an, muss ich sagen Ja Oh ja, du died Ja War das nicht immer dein Part eigentlich? Immer bin ich ja der Pro, okay Ach scheiße Irgendwie funktioniert bei mir Das ist ein komisches Motorgeräusch Motorgeräusch Ach, das ist das Schild hier Ach, das ist das Schild hier Hier so, so elektrisch Dings hier machen Ja Ja, jetzt bin ich wenig ins Schneegebiet Ich hoffe ich bin jetzt allzu weit weg von dir Ah, Hund Ja, erschlag ihn Ganz schnell Hau ab Hau ab Hau ab Hau ab Hau ab Hau ab Versuch ihn abzuhängen Doch das Wasser, da verliert er die Pferde Jo Hast du dich die Uhr an? Okay Schön Da hat sie keiner von uns an heute Das ist schon ein altes Problem, ja Wird wohl nichts Ja, wir finden uns auf jeden Fall noch in dieser Folge, warte Hoffe ich nur Ja, wir haben schon ungefähr neun Minuten sowas Ah Boah Was ist denn das jetzt hier? Boah Hey, man macht die Pflanzen nicht mehr kaputt, wenn man durfte Ähm Ja, und vor allem liegt hier ein totes Tier Also ein Gerippe von dem Tier Aber ich kann es nicht looten oder so Hab ich gefressen Ja, das glaub ich Wenn der drüber läuft, macht das ganz komische Geräusche Du sollst ja auch nicht in so einen Kadaver reinsteigen Ja, ich wollte nicht reinsteigen, ich wollte vorbei Aber irgendwie war das vor mir da Aber, okay Wir wollen ja alles neue zeigen von Seven Days, oder? Auch die unschönen Dinge Essen und Wasser Finde ich gut Schrei mich nicht an, wo bist du? Der schreit mich an und der zeigt sich nicht mal der Sau Was denn? Oh, ich muss was trinken Ja Wenn du überleben willst, wär das vielleicht ein guter Plan Och, Hasse Hasse, Hasse Komm, Hasse Ich fress einfach mal die Dose Konservendose Einfach mal reingebissen Ja, die ist ja jetzt in dem Inventar, Hasse Und sie ist ja nicht verloren Sag mal, wo bist du? Oh, ich bin bei einer Tankstelle Ja, ich war auch bei einer Tankstelle Aber da war ziemlich viel los, deswegen bin ich dann abgehauen Ja, ja, ich versuch mal hier ein bisschen was zu looten Aber ich hab, wenn du mir folgst, findest du endlich mal ein geileres Bioben Weil ich bin endlich in den Wald angekommen In den Wald Ja, soll ich hier nicht reingehen? Hier gibt's bestimmt Essen Oh, Hund, nein, nein, ich bleib hier nicht Ist okay Ja, deswegen bin ich abgehauen, den Hund hab ich auch gesehen Aua Hier sind zwei Hunde, ich sterb schon wieder, das gibt's doch nicht Haut ab Lasst mich in Ruhe Drecksköter, ey Nein Ähm, Krawos Ich glaub, du machst das Lesplay allein Herzlich willkommen zu meinem Single Lesplay, nee Oh, das gibt's doch nicht Und schon los Warum wolle? Also, man bisschen unlogisch ist, ist halt schon, dass wir nacktspornen Ja, normalerweise haben wir Apokalypse Watt mir noch seine Klamotor an, ja Aber ja, gut Also, ich lauf jetzt zum dritten Mal los Kommt gerade was zu finden Ja, ich sollte vielleicht auch stehen bleiben, aber Ich hab irgendwie Angst, wenn ich stehen bleibe, dass ich gepressen werde Ich muss niesen Auch noch? Ja, das war der Schnee Ja, der kratzt so in der Nase Ja, irgendwie schon krank Boah Boah Wirklich, das war wirklich der Schnee, glaub ich Ja, die sind Oh, diese scheiß Köter, wie ich sie hatte in diesem Spiel Dekker Reh Komm her zu mir Wir brauchen noch einen Kochtopf Du gehst nicht baden Du gehst nicht baden Lass das Reh baden gehen Ja, da hab ich schon mal langsam, da haben wir es vorhin auch erwischt Ja 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 Ich geh jetzt auch Eis baden Im Schneebiom Naja Saulina die Jägerin Höh Wo, ein fliegender Baumstimme So Ja Ja Entweder bau Ich denke wir Ich schätze mal wir bauen aber selber diese Episode Die Türen sind gelockt wie er siehst du habe ich dir vorhin gesagt auch von so einer scheiß Blechhütte ja keine Ahnung von was alles aber es kann gut sein dass die alle gelobt sind das hübsche Mädel da unten baden geht boah es ist einfach so scheiße laut kannst du ja zur nächste Folge umstellen ja muss ich ja wohl weil ich verstehe fast mein eigenes Wort nicht oh was bist ein doofchen süßer hey hau nicht zurück so jetzt bin ich wieder da wo ich bohlen war die scheiß Köter ich hoffe die haben mich jetzt nicht gebittert waa 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 was ist noch beim ja ungefähr eine Minute oder zwei bin ich ja ich glaube bis der Straße entlang gelaufen in den Wald rein weiß noch nicht welche Seite ja rechts anscheinend so wie ich das sehe ich warte derweilen hier die Stellung halten und mich gegen Zombies wehren oder davon laufen kommt drauf an aber ich würde sagen wir bauen dieses diese Episode was eigenes oder ja ich würde sagen wir machen uns hier eine gemütliche beziehungsweise du machst mir eine Hütte ja natürlich und du und du machst dann ähm unser unser Garten genau ich mache den Garten wenn ich den Garten fertig habe dann trage ich mir einen Sessel setze mich in den Sessel rein stimmt aber aber jetzt mal ohne Spaß jetzt müssen wir probieren ob das geht es hat ja keine Ahnung man soll sich jetzt auch hinsetzen können wenn man verletzt ist und so wenn man Beine gebrochen hat zum Beispiel was kann ich mir dann Rollstuhl machen nein aber du kannst dich hinsetzen und dann heilt es schneller ach so so habe ich das gehört ob das jetzt äh ob sie das umgesetzt haben weiß ich nicht oh mein gott alles okay ja der Baum ich habe den Baum gefällt und davon einmal hat es so eine Explosion gegeben eine Explosion beim Baumfällen hast du Baumwolle mitgenommen also nicht jetzt ein bisschen habe ich mitgenommen ja dann versuch dir einen Schlafsack zu machen und hau den hin wo du jetzt bist auf jeden Fall das mal was brauche ich dafür ähm stoff du musst Baumwolle in die Mitte lege ah lass mich leben ja dann hau erstmal ab ich sammle hier gerade Baumwolle erstmal und dann komme ich zu dir das findet immer ewig weit weg voneinander spawnen deswegen darum geht es mir grad aber ich würde sagen das Gebiet geht wenn du Grille magst ach ich mag Grillen wenn man so schön da gibt es immer das riecht immer so schön wenn man grillt lecker Würstchen und so du machst mich fertig du machst mich fertig ja du die alte hat jetzt gesicht bekommen die steht nicht mehr so schnell auf nein wie war das nein stehe ich dich da hinten laufen ne ich steh grad ach jetzt ich versuch grad Stoff herzustellen du musst die übereinander legen die ähm Baumwolldinger also in die Mitte eins eins auf drüber dann kriegst du Stoff bei mir leckt teilweise das Looten okay das ist schlecht bist du denn wie weit bist du gelaufen ach da bist du ja oh ich leck jetzt gerade ein bisschen ja dann 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 wir haben uns gefunden hallo hallo gut dann würde ich sagen wir ändern mal die Folge an dieser Stelle ja ja mach mal jo meine Damen und Herren wenn es euch gefallen hat dann lasst uns doch mal einen Daumen da schaut bei Samys Kanal vorbei die bei mir gerade sind die wo bei mir sind beim Graubos Kanal da gibt es immer da gibt es derzeit was läuft denn derzeit bei dir ähm grüßen Architekt und dies war auch mein und jetzt 7 days immer ganz spannende Sachen oh kann der laufen immer ganz spannende Sachen und ja dann sehen wir uns in der nächsten Folge von 7 days to die bis zum nächsten mal haut rein und tschüss ciao